10 Möglichkeiten, mit einem gebrochenen Herzen umzugehen. Eine Trennung hinter sich zu lassen, ist ein schwieriger Prozess. Nach dem Schock der ersten Trennung kommen Gefühle wie Wut, Trauer und Kummer, die oft lähmend und betäubend sind. Der Schmerz einer Trennung ist so tiefgreifend, dass wir manchmal nicht wissen, was wir als nächstes tun sollen. Obwohl es kein Medikament gibt, das ein gebrochenes Herz lindert, gibt es bestimmte Möglichkeiten, die Ihnen helfen, weiterzumachen und schneller zu heilen. Hier sind 10 Möglichkeiten, die Ihnen helfen, mit Liebeskummer umzugehen. Halten Sie Abstand. 1. Halten Sie Abstand und gehen Sie auf Distanz. Nach dem ersten Schock einer Trennung und dem etwas leeren Versprechen, es ist wichtig, daran zu denken, Abstand zu Ihnen zu halten. Keine Kommunikation jeglicher Art, einschließlich Anrufe, SMS und IMs. Auch der Kontakt mit denselben Freunden oder Familien sollte vermieden werden. Das bedeutet nicht, dass Sie sie für immer meiden müssen, aber es ist wichtig, sich eine Zeit lang von zu halten, damit Sie Ihr Herz heilen und weitermachen können. 2. Umgeben Sie sich mit Unterstützung, wenn Sie verletzt sind, ist es einfach, Abstand zu anderen zu halten und den Schmerz einfach wegzudrängen. 3. Beherrschen Sie Ihre Wut und vermeiden Sie Wuthausbrüche. 4. Menschen gehen unterschiedlich mit Wut um. Manche Menschen gehen mit Anmut und Passivität damit um, was Reife ausdrückt. Es gibt auch Menschen, die ganze Kleiderschränke verbrennen würden. 5. Zerstörte Möbel und Erinnerungsstücke, ein Fotoalbum nach dem anderen ausschneiden und zerfetzen, Freunde anfahren, die etwas Triggerndes erwähnt haben und manchmal zu ihrem Ex gehen und eine Szene machen. Es ist wichtig, einen Weg zu finden, mit der Wut einer Trennung umzugehen. Manche können leicht ins kalte Wasser fallen und zu Alkohol und Drogen greifen. Eine gesunde Art, damit umzugehen, ist zu versuchen, ein Tagebuch über alles Negative in der Beziehung zu führen. Auf diese Weise lassen Sie nicht nur Ihre verborgenen Frustrationen und Wutanfälle raus. Sie können auch dabei helfen, die Gründe zu rechtfertigen, warum es überhaupt zur Trennung gekommen ist. 4. Fühlen Sie Ihre Emotionen und gehen Sie mit Ihnen um Es ist eine natürliche Reaktion, alles zu verdrängen und so zu tun, als wäre nichts passiert. Denn ob es uns gefällt oder nicht, die Welt bleibt nicht stehen, wenn wir verletzt sind. Nach einer Trennung ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir als Menschen Gefühle haben. Die Wut, der Schmerz, die Verwirrung, die Frustration und die Sorge, dass Sie nicht gut genug sind und vielleicht nie wieder glücklich sein werden. Das Anerkennen dieser Emotionen ist beängstigend. Es ist jedoch notwendig, sich Ihnen zu stellen, Sie zu durchforsten und mit Ihnen umzugehen, um weiterzumachen. Nehmen Sie sich Zeit, um über die Beziehung zu trauern, für das, was Sie war und was Sie hätte sein sollen. Weinen und Trübsal blasen, aber lassen Sie nicht zu, dass die negativen Emotionen Sie auffressen und Sie davon abhalten, Ihr Leben zu leben. 5. Reden Sie darüber An manchen Tagen erreicht das überwältigende Gefühl von Schmerz und Einsamkeit seine Grenzen. Sie fühlen sich hilflos und gleichzeitig, als würde Ihre Brust platzen. Viele Menschen sind in der Lage, sich von einer Trennung allein zu erholen, aber den meisten gelingt das nicht. Manche Menschen haben Probleme, mit ihren Emotionen umzugehen und brauchen jemanden zum Reden. Das kann ein Elternteil, ein Freund oder in den meisten Fällen ein Therapeut sein. Auch wenn es schmerzhaft ist, ist es sehr hilfreich, über die Beziehung und die Erkenntnisse danach zu sprechen, um Emotionen zu ordnen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, damit klarzukommen und das Gefühl haben, depressiv zu sein, suchen Sie sofort Hilfe. 6. Selbstreflexion Auch wenn Sie die Gesellschaft des Anderen genießen, ist wahrscheinlich etwas schiefgelaufen. Wenn Sie über die Gründe nachdenken, warum die Beziehung gescheitert ist, können Sie die Fehler erkennen, die Sie wahrscheinlich gemacht haben, und verstehen, wo und warum die Beziehung nicht funktioniert hat. Dies kann auch dazu beitragen, die gleichen Fehler in zukünftigen Beziehungen zu vermeiden. In dieser Phase ist es wichtig, gut auf sich selbst aufzupassen. Schauen Sie in den Spiegel und erfahren Sie mehr über sich selbst. Vielleicht erkennen Sie Dinge, die Sie nie für möglich gehalten hätten. 7. Organisieren Sie Ihren Wohnraum Wenn Sie Dinge sehen, die Sie beide geteilt haben, werden Sie eine Flut von Ängsten und schmerzhaften Erinnerungen wiedererkennen. Um dem abzuhelfen, können Sie Dinge ändern und Ihre Umgebung neu dekorieren. Das kann so einfach sein wie das Umstellen des Sofas und des Couchtischs, das Streichen des ganzen Zimmers in einer anderen Farbe und das Wechseln der Vorhänge. Entfernen Sie schmerzhafte Auslöser, die Sie an die Vergangenheit erinnern. Auch wenn Ihr Zuhause Sie an Ihren früheren Liebhaber erinnert, ist es wichtig, Veränderungen anzuerkennen. Umarmen Sie sie und akzeptieren Sie sie, um daraus zu lernen. 8. Geh raus und hab Spaß Manchmal vergisst man leicht, dass es eine ganze Welt außerhalb der eigenen gibt. Obwohl Trennungen ätzend sind und sich wie das Ende der Welt anfühlen, ist es wichtig, sich nicht von der Negativität davon auffressen zu lassen. Essen Sie Mahlzeiten mit Ihrer Familie, gehen Sie raus und treffen Sie Freunde, joggen Sie um den Block oder lernen Sie einfach neue Leute und Hunde im Park kennen. Gehen Sie raus und haben Sie Spaß. 9. Achten Sie auf Überbrückungsbeziehungen Überbrückungsbeziehungen funktionieren meistens einfach nicht. Für manche Menschen ist es einfach eine Möglichkeit, die negativen Emotionen zu verbergen, wenn sie sich kurz nach einer Trennung in eine neue Beziehung stürzen. Es mag schön klingen, von einer anderen Person umarmt und geschätzt zu werden, aber wenn die Beziehung scheitert, verdoppelt sich die Menge der negativen Emotionen, mit denen Sie fertig werden müssen. Es ist wichtig, zuerst die Dinge zu regeln und Single zu bleiben, um über sich selbst in einer Beziehung nachzudenken, bevor Sie sich in eine instabile Beziehung stürzen. Haben Sie Spaß und knüpfen Sie Kontakte, aber gehen Sie keine Verpflichtungen ein. 10. Stehen Sie zu Ihrer Entscheidung Unabhängig davon, ob Sie oder die andere Person sich entschieden hat, die Beziehung zu beenden, ist es wichtig, zur Trennung zu stehen und die Entscheidung zur Trennung zu respektieren. Es ist einfach, sich auf die guten Seiten der Beziehung zu konzentrieren und die negativen Seiten völlig zu ignorieren. Es ist jedoch eine ausgewogene Betrachtung der Beziehung mit objektiven Augen, die dabei helfen kann, die Trennung zu romantisieren. Schätzen Sie die guten Momente, die Sie miteinander haben. Lernen Sie aus den schmerzhaften Fehlern, die Sie gemeinsam gemacht haben. Akzeptieren Sie die Situation und machen Sie mit Ihrem Leben weiter. Auf diejenigen, die sich bemühen, warten größere Dinge. Denken Sie daran, ein gebrochenes Herz ist eine schmerzhafte Tortur, die uns früher oder später trifft. Es ist völlig normal, deswegen zu weinen, Trübsal zu blasen und sich deprimiert zu fühlen. Man muss jedoch immer daran denken, dass nach dem Regen immer ein Regenbogen kommt. Akzeptieren Sie die Situation und machen Sie mit Ihrem Leben weiter. Auf diejenigen, die sich anstrengen, warten größere Dinge. Denken Sie daran, ein gebrochenes Herz ist eine schmerzhafte Tortur, die uns früher oder später einmal trifft. Es ist völlig normal, deswegen zu weinen, Trübsal zu blasen und deprimiert zu sein. Man muss jedoch immer daran denken, dass nach dem Regen immer ein Regenbogen kommt. Auch wenn es sich anfühlt, als würde die Welt um Sie herum in sich zusammenbrechen, ist es einfach ein Teil des Lebens. Jeder Liebeskummer ist eine Chance, mehr über sich selbst zu lernen und wie man damit umgeht. Danke fürs Zuschauen. Bitte vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren.